Herzlich willkommen in einem weiteren Video von uns, The Geek Freaks. Heute geht es um ein sehr, sehr geiles Thema, das die meisten Leute noch nicht mal mit der Kneifzange angefasst haben, und zwar Router selber bauen. Und warum ihr das machen solltet, euch einen Router selber bauen und wie das geht, was man dafür braucht, wie viel es kostet, das erfahrt ihr alles im Video. Alles, was ich euch ab diesem Punkt erzähle, ist dem Telekom-Support selber nicht bekannt. Sie geben keinen Support, sie geben gar nichts. Ja, wenn man Videos macht, wird es einem zu warm. Erstmal ausziehen. In diesem Video erzähle ich euch alles, was ihr wissen müsst. Welche Hardware braucht ihr? Wozu ist das Ganze gut? Was kann es euch bringen? Ganz wichtig, warum sollte ich das überhaupt tun? Wie müsst ihr das Ganze einstellen? Wie sieht es aus mit dem Telekom-Zeug, wenn ihr Telekom habt? Das ist eine Geschichte, die ich dann gleich zu Anfang erzählen würde als kleinen Schwank. Welche Security-Features gibt es? Welche Firewalls? Und wie optimiert ihr die Leistung so einer kleinen Box, dass sie schneller arbeitet als euer bisheriger Router? Damit ihr höhere Bandbreiten bekommt, schnellere Internetleitungen, vielleicht sogar noch ein bisschen was rauspressen könnt. Den Overhead optimieren, bessere Gaming-Performance und bessere Ping. Welche Plugins sind wichtig? Welche Plugins sind cool? Was ist gut zu haben? Was solltet ihr eurer Technik entsprechend anpassen? Hardware-bezogen natürlich. Stärkere Hardware kann mehr Plugins. Weniger stärker Hardware sollte ein bisschen weniger Plugins fahren. Wie optimiere ich das Ganze? Wie sieht es aus mit Blacklist? Wie sieht es aus mit Datenbanken drauf installieren, Integration, Trafana oder Unraid, Datenaustausch und dann wie kann man das Ganze tweaken? Eigene Tweaks von uns, ein bisschen angepasst, noch ein bisschen recherchiert im Internet und geschaut, wie kann man das Ganze denn umsetzen? Denn wir wären nicht The Geek Freaks, wenn wir nicht sagen, hey, selbst die Cutting-Edge-Super-Firewall-Software müssen ja noch ein bisschen tweaken und optimieren, oder? Das erwartet euch jetzt. Hauen wir rein! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schnellt euch an, setzt euch hin, holt euch einen Kaffee, das wird eine heiße Nummer. Los geht's! Jeder hat da draußen einen Router, der Internet hat. Ist ja logisch. Aber diese Dinger haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Features. Die meisten haben nicht mal eine richtig gute Firewall. Klar, kann man nicht sagen, das genügt mir so, wie es ist und ich nutze Windows Firewall und so weiter. Das ist nicht der Weg. Die Windows Firewall, Windows Defender ist zum Beispiel richtiger Schrott und manchmal will man netzwerkübergreifend vielleicht ein paar Sicherheitseinstellungen haben für IP-Cams, für andere Geräte, auf denen sich keine Firewall installieren lässt. Man will den DNS-Server ändern oder ähnliche Dinge. Man will eigentlich ganz viel Kontrolle zurückgewinnen, Plugins installieren, Spielereien machen. Das ist so dem Heimtechniker sein Ding, würde ich mal sagen. So einen Router selber zu bauen, muss nicht teuer sein. Jeder Mini-PC wird dafür ausreichen, außer ihr habt etwas stärkere Bedürfnisse, was DNS-Blocking angeht, was Firewall angeht, Spam-Filter. Sowas ähnliches wie Piehole zum Beispiel könnt ihr selber basteln und könnt dann mit allem bösen Verkehr sagen, nein, nein, nicht zu mir. Ich habe sowas schon mal hier vorbereitet, grafisch aufgewertet. Kommt in einem der nächsten Videos. Ich sehe immer, was geblockt wird, was durchgeht und so weiter in Echtzeit. Ziemlich cool. Und wie wir das machen, gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. An dieser Stelle sei gesagt, ich möchte nicht noch schneller reden und alle Details kann ich natürlich nicht vermitteln in so einem kurzen Video. Zu lang darf das Video auch nicht werden, weil YouTube sonst noch weh, 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 pfui, pfui. Euch werde ich wieder runter. Alle Details werde ich nicht liefern können. Manche Sachen werde ich vielleicht sogar vergessen. Und ich hoffe, die User, die erfahrener sind, werden dann die Lücken füllen und in den Kommentaren und im Forum und in Discord kann euch dann weitergeholfen werden. Wenn ihr das selber machen wollt, das kann harter Tobak sein. Das hängt sehr stark davon ab, wie viel Skill ihr habt, wie viel Erfahrung ihr habt, wie gut ihr seid in Linux oder ob ihr komplette Noobs seid. Selbst für Noobs ist es gar nicht so schwer. Man muss aber ein bisschen lesen, alles in der Videobeschreibung, Stück für Stück. Man fühlt sich am Anfang manchmal etwas schnell überfordert, wenn man nicht so viel Erfahrung mit der Materie hat. Habe ich mich auch gefühlt, ich musste aber alles halt selber zusammen googeln. Und wenn ihr Interesse daran habt, lohnt es sich auf jeden Fall. Und am Ende wird es immer funktionieren. Man darf bloß nicht aufgeben, nicht jeder hat die gleiche Erfahrung, nicht jeder hat das gleiche Wissen. Und ich kann nicht auf jeden eingehen und auf jeden seinen eigenen Wissensstand. Deswegen versuche ich es so detailliert wie möglich zu machen, dass es aber nicht langsam ist für die Profis unter euch. Und trotzdem noch genug Info zu vermitteln. Es ist immer so ein Spagat, ne? Mache ich es jetzt für Anfänger oder Profis oder für beide und wie weit geht es mit dem Video? Und wenn mehr Interesse besteht daran, dann wäre ich natürlich gerne ein Follower-Video machen. Also lasst es mich wissen und wir steigen ein in die Konfiguration. Allerwichtigste am Anfang. Die Wahl eines Betriebssystems für unseren Router. Es gibt Linux-basierte Distributionen. Im Endeffekt läuft es auf zwei Distributionen raus. PFSense und OpenSense. PFSense ist eine Firewall, die es jetzt schon seit einem längeren Zeitraum gibt, die sehr viele Funktionen mitbietet. DNS-Filter, VLAN-Settings, Bonding-Modi, bietet WLAN-Fähigkeit, falls ihr euren Ruder mit WLAN nachrüsten wollt oder die WLAN-Karte im Ruder nutzen wollt. Ihr könnt sehr, sehr viele verschiedene NICs, also Netzwerkschnittstellen anbinden. Die hat auch Treiber für fast jede Netzwerkkarte. Auch für die 10 Gigabit Ethernet-Netzwerkkarten. Die ist ein All-in-One-Super-Good-to-Go-Paket. Funktioniert sehr gut, wird von den meisten Leuten empfohlen. Tonnenweise Features. Fast jede Einstellungsmöglichkeit, die man sich erdenken kann, ist da mit drin. Und OpenSense. Das gleiche Paket, nur ein neuer. Denn das ist Open Source, deswegen OpenSense. Und OpenSense wird von der Community entwickelt und ist damit Cutting Edge. Diese zweimal hat die sichere, sichere, mehr oder weniger konservative Variante oder die hochmoderne, schnelle, neue Variante. Ich natürlich, hochmoderne, schnelle, neue Variante. Welche Unterschiede PFSense und OpenSense habt, habt ihr hier unten in der Videobeschreibung. Habe ich ganz viele Sachen verlinkt und gelistet. Ich habe mich selber für OpenSense entschieden. Denn OpenSense ist Cutting Edge. PFSense hat einen Longtime-Support-Kernel. Der ist gut, aber der ist auch nicht der neueste Longtime-Support-Kernel. Ihr hört schon, Linux-Betriebssystem. Und das gleiche habt ihr halt auch bei den Plugins. Die Plugins sind okay, da gibt es einige zur Auswahl. Die sind auch sehr cool. Aber OpenSense bietet mehr. Und OpenSense bietet die Möglichkeit, Third-Party-Plugins zu installieren. Das heißt, auf GitHub ist ein cooler Entwickler, der haut da ein Plugin raus. Zack, zack, zack. Ihr könnt es installieren und könnt damit rumspielen. Das habe ich auch schon gemacht. Und das ist viel, viel, viel intuitiver. Und die Oberfläche ist nice. Und ihr könnt sie anpassen. Und das habe ich auch gemacht in unserem The Geek Freak Style, wie ihr im Video seht. Pläne ich jetzt hier mal ein. Das sieht dann alles schon ein bisschen mehr so aus nach uns. Weil ich versuche, jede GUI erstmal so zu branden, dass es aussieht wie bei uns eben schön anthrazit-orange. Das ist halt auch eine Sache des Komforts. Denn OpenSense ist um einiges leichter zu bedienen. Denn das Menü ist übersichtlicher. Funktionen sind ein bisschen verständlicher strukturiert. Und es gibt so etwas wie einen Development Branch. Auf den habe ich mich gleich mal reingelassen. Denn der hat noch mehr Features. Spart mir Strom. Heißt, meine kleine Box läuft mit weniger Strom. Dafür schneller und hat mehr Headroom. Denn der Governor funktioniert ein kleines bisschen smoother, wenn man ihn richtig einstellt. So, dass ihr mehr Leistung aus der kleinen Kiste pressen könnt. Und vielleicht auch noch das letzte Quäntchen im Bit aus der Internet leitet. So, ich hatte mich jetzt echt schon mal entschieden für OpenSense. Gute Idee, also OpenSense runtergeladen. Betriebssystem ist nicht wirklich groß. Auf dem USB-Stick geprügelt und ausprobiert, welches Gerät ich denn nehmen soll. Erstmal auf diesen kleinen J-Uralt-Rechner installiert. Zwei LAN-Eingänge sind für normales Internet nötig. Zwei Eingänge. Eins fürs Internet. Klar, da kommt das Ding aus dem Modem. Was? Modem? Gehen wir gleich drauf ein. Und der zweite für LAN. Dass ihr das Ganze an einen Switch hängen könnt. Oder eben an einen Verteiler, dass ihr mehrere Geräte ins LAN bekommt. Natürlich könnt ihr gerne noch eine WLAN-Karte reinstecken. Dann habt ihr WLAN. Oder ein WLAN-Dongle oder eine WLAN-Antenne. LAN waren angesteckt. Zack. OpenSense installiert. Gut, das ging. War aber echt schon langsam in der Installation. Und hat mir nicht wirklich gefallen. Okay, was dann machen? Na gut, versuchen wir mal PFSense. Vielleicht ist PFSense schneller. Na, OpenSense war die richtige Wahl. Denn PFSense hat die Netzwerk-Karten zwar erkannt, aber hat auch schon Fehler geworfen in der Installation. Die Installation war verpackt und alles war langsam. Da dachte ich mir, okay, vielleicht ist das Ding nicht so ganz richtig. Bin ich auf das Ding umgeschwenkt. Erstmal nur LAN angesteckt. Kann ja noch eine PC-Express-LAN-Karte nachrüsten. Dann hätte ich auch WLAN oder USB anstecken. USB-Dongle zu Ethernet gehen ja auch. Auf dieser Box hier probiert der J4205. Ist ein bisschen schneller als der J1905. Ja, nein, auch nicht, auch nicht. Denn, falls ihr es nicht wisst, wahrscheinlich wisst ihr es nicht, braucht OpenSense mittlerweile einen neuen AES-Standard. Das heißt, mein Mini-PC da hinten mit Zeller und Prozessor fällt auch schon mal raus. Denn diese älteren Prozessoren, die unterstützen diese neue AES-Technologie nicht. OpenSense hat geupdatet, um Sicherheit zu fördern und Security. Das heißt, es würde zwar laufen, aber langsamer. Und das möchte ich nicht bei meinem neuen Router, der eine längere Zeit halten soll und vielleicht auch mehrere Umzüge mitmachen kann. Also bin ich ganz schnell ausgestiegen und habe gesagt, pass auf, das mache ich nicht. Was ihr da draußen tun könnt, ist hardware-technisch erst mal überlegen, was brauche ich. Ich sage mal so, die gute Baseline ist ein guter i3 oder schlechter i5-Reich. Warum diese Wahl? Weil die erstens eine sehr hohe Single-Core-Performance haben. Das heißt, wenn viele DNS-Anfragen, Spam-Anfragen, Internet-Traffic-Download, Upload kommt, dann können diese Prozessoren das auch richtig schnell verarbeiten. Trotz Filter, Firewall, DNS-Routings, VLAN-Routings, vielleicht sogar VPNs, WireGuard, ZeroTire, was auch immer ihr drauf installieren wollt, kann das alles. Aber dafür braucht ihr natürlich Rechenleistung. Diese zwei Geräte kommen da nicht in Frage. Was für euch der Sweetsport ist, meiner Meinung nach, sind 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher, mindestens 256 GB Festplattenspeicher. Am besten wären NVMe, denn wenn ihr Logs auslesen wollt, Daten sammeln wollt, wie Berichte über Zeit, sowas wie Grafana hier hinten, oder ihr wollt Auswertungen haben, dann sind es viele Read-Writes und damit ihr euer Betriebssystem nicht runter slowt, wäre eine NVMe gut. Und dann natürlich ein mindestens i3 oder i5-Prozessor. Die gibt es ja heutzutage schon super günstig in Notebooks. Man könnte auch einfach ein Notebook hernehmen. Ihr habt einen alten Laptop, LAN-Anschluss, USB-Zulandongle, dann habt ihr zwei Ethernet-Ein- und Ausgänge. Zack, schon habt ihr da aus eurem alten Laptop einen Router gemacht mit Display zur Überwachung. Absolut kein Problem. Aber jetzt geht's los. Ich habe mich entschieden für einen Mini-Forums-PC. Den kann ich euch zeigen und dann fällt mein Internet aus. Okay, was macht mir nicht alles für ein Video? Ich habe das extra teuer und Hardware-mäßig gemacht. Ich baue den jetzt ab. Ja gut, einfach rausreißen. Es tut mir so leid. Ich habe mich für dieses kleine Schnuckelchen entschieden. Oh, der ist so toll und der ist fast ein bisschen overpowered, was die Specs angeht. Ich weiß, das ist teuer. Das kostet Geld. Aber dieser Router soll lange halten. Der kostet ein bisschen mehr wie ein normaler Asus-Router, denn es ist ja ein normaler Rechner. Die Specs, wenn ich den fokussieren würde, die Specs habt ihr hier. Mini-Forums-PC ist sehr geil. Hat einen 1500 G1-Prozessor, 16 GB RAM, halbes Terabyte NVMe, theoretisch overpowered. Wir haben Displayport, HDMI, haben vorne nochmal Thunderbolt, zweimal USB 3.0, SD-Kartenleser, Audio Out. Das ist ein bisschen viel und ein Mikrofon. Dafür nicht perfekt optimal geeignet, aber das Perfekteste, was geht. Denn dieser i3 hat sehr viel Power unterm Arsch. Im normalen Idle-Betrieb und ich habe wahnsinnig viele Plugins installiert. Ich habe, glaube ich, 25 Plugins installiert. Hat das Ding maximal 10 bis 25 Prozent Auslastung. Und selbst für meine Internetleitung aus Max bei 250 im Bit-Download und 50 im Bit-Upload. Gleichzeitig habe ich getestet, gehen wir maximal bei 50 Prozent Leistung weg, trotz aller Firewall-Aktivität. Das ist überlegen. Er wird nicht heiß, er ist leise, bleibt bei 57 Grad im Schnitt. Und er ist klein, full Aluminium-Body, fast Apple-Style. Den kann man auch als normalen Mini-PC so nehmen. Kostet aber um die 400 Euro. Das kommt dazu. Das kriegt ihr aber günstiger. Das kriegt ihr günstiger, wenn ihr nicht so hohe Anforderungen habt wie ich. Dann kriegt ihr Mini-Forms-PC oder ähnliche Mini-PCs mit zwei LAN-Anschlüsseln schon um die 150 Euro. Das braucht ihr mehr nicht. So um die 150 Euro, alles drüber ist Luxus. Und natürlich Spielerei, wenn man mehr Software, Hardware, Plugins, Spielerei installieren will. Dieses Ding ist sehr, sehr geil. B-Roll zeige ich jetzt nicht, denn ich brauche mein Internet wieder. Ihr seht schon, anstecken, booten, fertig. Das Ding ist in einer Minute wieder oben und wir sind glücklich. Kommen wir zu meiner Geschichte. Ich habe mir dieses kleine Gerät gekauft, Open Sense installiert. Telekom ist ein Riesenproblem, was selber Routerbau oder Abstecken der originalen Smart 3 Router geht. Ihr bekommt da so ein großes Telekom weißes Ding, das steht jetzt hier oben als Modem bei mir. Diese Speedport Smart 3 sind super schwer einzurichten. Super schwer, super schwer, super schwer. Denn ihr kommt ab hier mit Open Sense nicht mehr weiter. Ihr könntet natürlich das Ding einfach lassen an Ladernport und dann dahinter stecken und sagen, ich mache hinter das Laden noch ein Laden. Das nennt sich Doppelnatten. Das machen wir aber nicht. Das erzeugt Overhead, macht das System langsam. Das heißt, ihr bekommt eine langsamere Geschwindigkeit ins Internet. Ihr erzeugt so viel Blödsinn und so viele Probleme, die man überhaupt nicht braucht. Wir gehen einen anderen Weg. Der erfolgreiche Weg. Und zwar, ihr müsst euren Telekom-Router in den Modem-Modus versetzen. Das heißt, ihr könnt in den Router der Telekom in den Speedport euch einloggen. Wenn ihr im Speedport seid, auf Einstellungen und dann gibt es da die Modem-Optionen. Alles, was ich euch ab diesem Punkt erzähle, ist dem Telekom-Support selber nicht bekannt. Sie geben keinen Support, sie geben gar nichts. Ich habe zwei Wochen lang telefoniert, habe mir ein kostenpflichtiges Abo der Telekom für Service aufhalten lassen, das sie dann wieder selber gekündigt haben, weil sie gesagt haben, sie können mir nicht helfen. Denn diese Features und das, was ich möchte, steht nur Geschäftskunden zur Beratung zur Verfügung. Und ich soll mir doch besser einen Rebooter oder Modem von Zyxl oder von Raytag holen oder eine Fritzbox und soll beim Hersteller angerufen, wie das geht. Aber sie können keinen Support für ihr Netz leisten und können mir nichts sagen. Sie können mir auch nicht mal die Sachen sagen, die ich von ihnen bräuchte. Grausam gewesen. Das ist richtig grausam gewesen. Ich war am Rand der Verzweiflung und wollte dieses Video gar nicht mehr weitermachen, weil Telekom so einen schlechten Support bietet. Aber ich bin dann auf die Lösung gekommen. Viel eintippen in die örtlichen Suchmaschinen, viel herausfinden, viel ausprobieren und dann natürlich noch ein bisschen selber rumpfuschen. Um es hinzubekommen. Diese Info hoffe ich, hilft euch sehr weiter, falls ihr bei der Telekom seid und ihr wollt es längst machen. OpenSense, PFSense. Ich habe Magenta TV und Telefon und alles zum Funktionieren bekommen. Ihr müsst eure Telekom-Box in den Modem-Modus versetzen. Das heißt, ihr geht da auf die Einstellungen, Modem-Modus, zack, aktiviert den Modem-Modus. Ladet vorher bitte eure komplette Konfiguration herunter als Backup. Denn wenn ihr den Modem-Modus aktiviert, schaltet sich das Gerät ab, deaktiviert das Benutzer-Web-UI-Menü. Ihr könnt dann zwar über den LAN-Anschluss 1 bis 3 noch zugreifen auf das Modem-Menü. Das gibt einem keine Infos. Man kann mit Slash noch ein geheimes Menü aufrufen, wo geheime Input-Output-Daten kommen, aber das war's. Und sonst geht da gar nichts mehr. Dann könnt ihr von da nichts mehr tun. Nur noch schauen, habt ihr Internet oder habt ihr nicht Internet. Ihr müsst an den LAN-Anschluss 4. Der LAN-Anschluss 4 wird angesteckt und da wird dann das Warnsignal durchgeleitet. Und das könnt ihr an den Router anstecken. Aber was nicht funktioniert bei der Telekom, was bei anderen ISPs vielleicht funktionieren mag, ob ihr bei Vodafone seid, O2, wo auch immer. Das kann sein, dass ihr einfach nur ansteckt, DHCP auswählt am Warninterface und gut ist, das Ding bezieht sich alle Daten und ihr könnt loslegen. Das gibt es. War bei mir nicht so. Als erstes installieren wir mal OpenSense auf der kleinen Box. Das heißt, USB-Stick angesteckt. Check. Dann ausgewählt. Ich boote vom USB-Stick. Installation ausgewählt. Und in der Videobeschreibung, habe ich verlinkt, bekommt ihr von mir die Installationsnutzer und Passwort. Die gebt ihr einmal in die Shell ein. Und zack, startet der Installationsprogress. Ihr könnt alles auswählen und landet dann am Ende in der Konfiguration. Da wählen wir aus Set Interface. Wir weisen Interfaces zu. Was ist LAN? Was ist Warn? Könnt ihr euch frei heraussuchen. Und dann könnt ihr festlegen, welche Subnets wollt ihr haben. In meinem Fall ist es 192.168.178.0.24. Und dann machen wir uns dran mit dem Warn. Warn werdet ihr nicht bekommen, wenn ihr bei der Telekom seid. Das heißt, ab diesem Punkt machen wir das ein bisschen anders. Wir rufen jetzt schon LAN-Interface, Rechner anstecken, zack, und rufen die OpenSense-Box auf. Denn ihr habt jetzt ein Passwort und einen Nutzer festgelegt, mit dem ihr euch einloggen könnt. Und dann sind wir erst mal im Web-Interface. Sobald die Konfiguration zum ersten Mal durch ist, ohne Internet, bis jetzt haben wir noch kein Warn eingerichtet, bekommt ihr eine IP, die ihr eingeben könnt in den Browser. Und damit kommt ihr zum Web-Terminal, wo ihr euch mit dem angeniebten Benutzer einloggen könnt im Laden-Netzwerk. Und ab da können wir dann weitergehen und können versuchen, unser Internet einzurichten, für welchen Provider auch immer. So, Telekom, einstellen. Los geht's. Die Features, die ich nach Qual, Tagen, Wochen, Telefonaten herausgefunden habe. Was bei der Telekom wichtig ist, was bei vielen anderen vielleicht auch wichtig ist, ich kann aber nur über mein Beispiel reden, ist VLAN 7 einstellen. Was heißt, ihr müsst unter den Bridge-Settings ein VLAN 7 anlegen, also VLAN, VLAN 7 anlegen und dann das VLAN 7 auf euer Warn-Interface legen. In meinem Fall RE1. Dann habt ihr schon mal das Gröbste geschafft. Denn, das musste ich erst herausfinden, ihr legt auf VLAN 1, VLAN 7 und dann wählt ihr aus PPPOE. Das heißt, ihr müsst mit PPPOE selbst eure Login-Daten eingeben. Normalerweise konfigurieren sich diese Dinger selber, ihr steckt sie an und sie laufen, aber das haben wir hier nicht, denn er kann es nicht beziehen, er erkennt nicht, dass es ein Telekom-Gerät ist. Deswegen, PPPOE sagt, wir geben selber unsere Zugangsdaten ein fürs Internet und fertig. Aber sogar einfach ist es noch nicht. PPPOE müsst ihr auswählen. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf und sagen, pass auf, VLAN 7 bitte auf Warn-Interface, bei mir RE1, check. Dann haben wir das gebridged. Dann nehmt ihr das RE1-VLAN 7 und macht da drauf PPPOE. Nicht umgekehrt. Mit jedem Gerät, das ihr euch in ein Telekom-Net verbindet, werdet ihr automatisch ins VLAN 7 geschmissen. Und von da an bekommt ihr erst Internet. Das macht die Telekom so und das machen auch viele andere ISPs so. Check und da muss man eingeben. Dann gebt ihr eure Nutzungsdaten ein. Das in diesem Fall, verlinke ich in der Videobeschreibung, gibt es eine Anleitung der Telekom sogar. Wow, danke. Das heißt, ihr gebt Kundennummer ein, Anschlussnummer, dahinter 0001-online.de. Dann unten drunter euer selbst festgelegtes oder zugewiesenes Passwort. Wenn ihr keins selbst festgelegt habt, könnt ihr das Passwort nehmen, das im Brief der Telekom dabei war. Wenn ihr das nicht at hand habt, könnt ihr einfach in das Telekom-Service-Center gehen mit dem Handy, weil ihr habt ja kein Internet in der Zeit, geht ihr da rein in das Service-Interface, meinen Vertrag, zack, zack und legt unten ein eigenes Passwort fest. Das reicht vollkommen aus. Das gebt ihr ein, fertig. IPv6. Ihr müsst IPv6 festlegen. Wie machen wir das mit IPv6? Wir schalten IPv6 auf DHCP. Das heißt, bitte bezieh eine IPv6-Adresse. Löst die Arbeit nicht auf. Wir sagen nur Lease. Das heißt, bitte gib uns zwar die Adresse, aber wir wollen sie gar nicht nutzen. Unten klickt ihr an, IPv4 nutzen anstatt IPv6. Ihr setzt also die Präfix-Delegation auf 56, sagt, bitte nimm die IPv4-Adresse, bezieh nur IPv6, logg dich ein. Und dann wird es funktionieren. Interessanter daran ist, ihr müsst erst WLAN auf das Interface RE1 setzen und danach PPOE auf WLAN 7. Dann funktioniert es. In dieser Reihenfolge, wer es andersrum macht, bekommt keine Verbindung und kann sich, wie ich, wochenlang tot suchen an dieser Problematik. Gut, dann habt ihr schon mal Internet. Jetzt wird es spannend. Jetzt könnt ihr auf den Plugins-Tab gehen. Der ist unter den Settings, unter Firmware, Plugins. Und da könnt ihr ganz viel installieren. Da ist alles Mögliche da. Wenn ihr Third-Party-Repositories installiert, könnt ihr sogar VMware Virtual Box laden und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist erst mal, Firewall einzustellen. Denn Firewalls sind wichtig. Ob DNS-Attacken, ob DDoS-Attacken, ob ähnliches. Man will natürlich sein Heimnetz sicher machen und sogar einen Ad-Filter einrichten. Das wäre auch nicht schlecht fürs eigene Home, dass man jetzt nicht so wirklich die Werbung kassiert oder dass man böse Anfragen von außen blocken kann oder eben seine eigenen Regeln freigeben. Denn wer einen Android-Server hat, der will bestimmt mal ein paar Ports nach außen freigeben oder per Wireguard oder ähnlichem von außen zugreifen. Aber sicher. Und wir wollen das natürlich alles sicher machen. Grundlegend von Haus auf ist die OpenSense auf HTTP, nicht auf HTTPS eingestellt. Das können wir sehr schnell ändern, indem wir in den Settings HTTPS anmachen und das Zertifikat nutzen, das mitgeliefert ist. Dann gehen wir über den Secure-Server. Aber Vorsicht, im Browser wird euch dann angezeigt, dieses Zertifikat ist untrusted. Ihr müsst es einfach selber trusten, denn ihr habt es ja auch selber installiert. Und dann könnt ihr mit HTTPS zugreifen. Jetzt wird es spannend. Um von außen zuzugreifen, kann man natürlich ein Plugin installieren wie DuckDNS. Ich habe DuckDNS installiert und habe mir dann quasi einen Remote-Zugriff gemacht, dass der Lukas mal schnell was basteln kann. So ist das Ganze ziemlich cool. Natürlich sind wir passwortgeschützt und über HTTPS. Das Ganze geht natürlich noch sicherer. Man kann Let's Encrypt drauf prügeln und dann kriegt man ein richtiges Zertifikat und kann das Ganze hundertprozentig sicher mit DuckDNS zum Beispiel machen, um von außen zu greifen. Aber das kann vielen immer noch nicht genug sein. Da wir OpenSense haben, haben wir die Möglichkeit Sensei zu installieren. Und Sensei ist grandios. Sensei ist eigentlich so eine Pay-to-Win-Lösung für Firewalls. Man kann monatlich zahlen, neun Euro fürs Home-Tier oder man nimmt das Gratistier. Ich fahre mit dem Gratistier. Dann gibt es nicht ganz so viele Optionen, aber die können wir ja wieder über Anbauung wegmachen. Das ist ein anderes Plugin, das dann über DNS-Block. Und Sensei ist grandios. Ob man jetzt alles grafisch aufbereitet haben will, was das Ding wegblockt, ob man sehen will, welche Zugriffe laufen. Sensei ist sehr, sehr, sehr cool, sehr modern. Ist von Sunny Valley. Und im Gratistier reicht es mir vollkommen aus. Wer mehr Features haben will, mehr Geräte im Home-Netz, der kann zum Pro upgraden. Und ich brauche Sensei aus einem Grund, für mein Grafana-Dashboard auch noch. Denn es kann ganz schön die Sachen, wenn man es richtig konfiguriert, mit Geo-IP darstellen. Woher kommen die Zugriffe und was wird weggeblockt? Das ist schon mal toll. Anbauen-DNS ist das nächste Plugin, was ich empfehle zum Installieren. Denn mit Anbauen-DNS kann man auch noch mal Blocklisten installieren und kann DNS-Abfragen, die schädlich sind, unbekannt oder die wir nicht wollen, auch noch wegblocken. Muss man auch konfigurieren und einstellen. Bei Interesse kann ich es euch natürlich ein bisschen ausführlicher erklären. Aber das sind so die Plugins, die auf jeden Fall auf den Router-PC sollten. Was noch cool ist, ist Clam. Clam, C-L-A-M, ist ein Antivirenprogramm. Das kann gleich mit noch ein paar Zusatz-Plugins, R-Spam und so weiter. Kannst die Mails, die man bekommt, gleich filtern nach schädlichen Inhalten. Die Mails öffnen, die E-Mails und so weiter und durchgucken. Und das ist auch sehr stark. Und natürlich gibt es Hardware-Monitoring-Plugins, es gibt Collect-D, es gibt NetFlow-Plugins, um den Flow im Griff zu behalten zwischen allen Interfaces, Bridges und so weiter. Virtuelle IPs, also es ist endlos. Die Liste der Einstellungen, ich bin selber noch nicht halbwegs durch, was ich alles tun möchte. Natürlich kann man auch WLANs konfigurieren, das erzeugt aber ziemlich viel Overhead auf der Kiste hier. Deswegen, das sollte man vielleicht in einem Switch Layer 3 dahinter machen, wie ich es machen könnte mit dem Gerät oder ich werde noch ein bisschen optimieren an dieser Box. Kommt auf die Leistung drauf an. Ich habe selber noch Grafana installiert, beziehungsweise Telegraph. Telegraph ist eine Datenbank, beziehungsweise ein Datenbank-Kollektor, der mir sehr viele meiner Plug-In-Daten sammelt und feuert an Unraid. Das ist cool, da kann man ein bisschen was aufsetzen, ein bisschen spielen. Werde ich mehr erklären dazu in meinem speziellen Grafana-Video zu diesem coolen Dashboard da hinten, wo ich mir gedacht habe, hey, ich baue mir so eine schöne Übersicht, dass man alles sieht. Die Leute im Livestream haben das schon mal gesehen. Das ist auch schon mal ein Punkt, der sehr cool ist, denn im Livestream, ich weiß nicht, ob ihr im Livestream dabei wart, ich habe einen Livestream zu Internet Security gemacht und wollte ein bisschen zeigen, wie das so aussieht mit der OpenSense-Box, was die kann, was die nicht kann und wie die Firewall-Settings so sind. Und in dem Moment, wo ich es erklären wollte, habe ich natürlich meine Live-IP durchgeleakt. Ist ja logisch, ich konnte jetzt nicht super schnell einen Blur-Filter drüber ziehen und da so wenig Zuschauer waren, habe ich gedacht, hey, ich kann es für die enge Community mal machen. Werden schon keine so bösen Leute dabei sein bei 200 Zuschauern. Habe mich getäuscht und habe einen fetten DDoS bekommen. Witzig ist halt wirklich, mir ist Spotify ausgestiegen. Das nervt mich gerade richtig. Da kann ich jetzt wahrscheinlich reloaden, wie ich will. Durch alte Schnitzel. Oh, Internet ist auch ausgestiegen. Oh, schaut mal, wir haben Download-Spikes auf einmal von 200, zwei... Also der Download ist jetzt hoch und der Upload ist weggerauscht. Die CPU der OpenSense-Box auch rauscht hoch. Der YouTube-Stream ist auch abgestürzt, weil ich jetzt keinen Zweckend habe. Ja, ja, der müsste aber gleich wieder reinkommen, hoffe ich. Natürlich versucht uns gerade jemand zu DDoS. Aber lustigerweise habe ich mir die ganze Zeit gehört und dein Bild kam auch die ganze Zeit über Skype. Das freut mich sehr, 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 sehr. Aber ihr seht direkt hier, wo die Eskalation stattfindet auf Net Interface. Hier findet es statt, hier findet es statt. Oh, 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 oh. Da ging es jetzt ab. Da ging es jetzt ab, die Verbindungsquellen. Hast du gleich was zum Zeigen, wie gut dein System funktioniert? Ist doch auch schön. Ja, funktioniert gut. Also ich schau dir das an. Wir haben hier ganz viele schöne Ping-IPs und wir haben hier ganz viele schöne Treffer und ich habe natürlich ganz viel schönes Zeug dazu, wo jetzt? Seht ihr mal, wie viel geblockt worden? Schaut mal hin. Ich hatte einen absoluten DDoS. Natürlich hat es meinen kleinen Prozessor von meiner Homebox überfordert. Dafür müsste ich an den Server laufen lassen mit so viel mehr Strom, um quasi diesen Block-Traffic abzufangen. War zu erwarten irgendwo. Ich habe gehofft, dass es nicht passiert, aber das erkennt man mal wieder. Die Menschen sind nicht immer nur gut da draußen. Und dann konnte ich im Livestream direkt zeigen, was ist da passiert. Wo kommen die Blocks her? Wo kommt der DDoS aus? Aus welchem Land? Vietnam, USA, Russland. Und überall kamen die Bots auf einmal reingestroomt. Und man konnte live verfolgen auf der Blockrate. Über 4 Millionen Blocks und es ging immer höher, immer höher, immer höher. Die Fire One hat standgehalten. Keiner der Angriffe, das waren nicht nur DDoS-Angriffe, das waren auch Brutal-Attacken, das waren Port-Attacks, das waren Attacks auf RDP. Da war ganz viel dabei. Aber man hat live gesehen, dass nichts davon durchkam. Aber natürlich, ich besitze nicht mehrere Internetanschlüsse. Das heißt, ich habe nicht Multi-Warn. Multi-Warn heißt, wenn ich jetzt zwei verschiedene Internetanschlüsse hätte, könnte ich die zusammenkoppeln, die Geschwindigkeit entweder verdoppeln damit oder ein Fallback haben, falls eine Internetverbindung aussteigt. Habe ich nicht. Räuft ich auch noch einen LAN-Interface und noch einen zweiten Telefonanschluss oder wenigstens so ein Funk-LTE-Gerät. Habe ich nicht und mein Anschluss war völlig überfordert. Die Routerauslastung ging irgendwann auf 100%. Zu viele Pings, zu viele IP-Resolves und irgendwann ist dann die Verbindung im Stream abgebrochen. Ich habe natürlich dann resettet mit dem Lukas und wir konnten im Stream später halbwegs vernünftig weiterfahren. Aber da hat man gesehen, die Firewall ist stark und die Firewall hält, was sie verspricht. Sie blockt die Leute weg. Klar, das Internet geht dann trotzdem in die Brüche, wenn starke Attacken gefahren werden. Aber dafür ist das ja nicht gedacht. Es ist ja dafür da, um euer Home zu schützen in so einem kleinen Setup, in einem größeren Setup mit Multivan und so weiter. Da nimmt man auch stärkere Hardware. Da kann man mit einer größeren Leitung natürlich auch sicher gehen, dass die Internetverbindung nicht abreißen wird. Also warum ist das Ganze denn so stark und so cool? Ich habe komplette detaillierte Übersichten und Berichte darüber, über jeden Verkehr, der ins Haus reingeht und rausgeht. Ich blocke ganz viel Traffic weg, der mir sonst mein System zuplatschen würde, also mein Home-Netzwerk-System. Und da der Traffic gar nicht erst im LAN ankommt, hat das LAN-Netz einfach mehr Overhead und die Geschwindigkeiten sind besser. Denn ihr müsst überlegen, wenn viele Anfragen von unterschiedlichen Quellen kommen und viele Sachen gleichzeitig aufgelöst werden, im Download, im Upload und so weiter, dann blockiert das trotzdem im Netz, wenn ihr nicht alles mit VLANs komplett separiert habt. Das ist Traffic, der rumfließt und der kann sich gegenseitig trotzdem beeinflussen, auch wenn er es nicht sollte. Das ist eben so. Und normale Router würden da schon längst an ihre Grenzen kommen, wenn es zu Attacken geht oder zu starken Firewall-Blocks. Wenn die Firewalls so weit eingerichtet sind, dann ist es am schlauesten, man installiert sich anbauen. Habe ich vorhin schon mal erwähnt, mit anbauen DNS kann man nämlich alle DNS-Anfragen überprüfen, routen und so weiter. Ich kann auch Werbung wegblocken, ich kann auf YouTube Werbung blocken, ich kann insgesamt das Ganze behandeln wie ein Ad-Blocker. Wisst ihr vielleicht, Pyhole und so weiter. Gibt es Plugins, Unbound BL zum Beispiel oder Unbound AB, Adblock. Die kann man nachinstallieren, muss man vielleicht ein bisschen tricksen, zum Beispiel, indem man das per Hand hinzufügt als Include Sideload und dann kann man ganz viele Blocklisten von Pyhole direkt laden und zack ist man auf der sicheren Seite. Du hast die Firewall, du hast die Blocklisten und dann kann man spielen und rumprobieren. Mein momentaner Stand ist, ich habe WireGuard am Lauf und mit dem Lukas eine Direktverbindung aufzubauen, damit wir die Livestreams optimieren können und Traffic hin und her schaufeln in unserem eigenen quasi privaten Net. Das werden wir noch ein bisschen ausbauen und konfigurieren, dass wir ganz schnell über SMB Sachen sharen können, ohne dass jemand von außen zugreifen kann. Wenn jemand keine hundertprozentig geringe Latenz braucht, empfehle ich Zero-Tier. Kann man installieren unter den VPN-Plugins. Zero-Tier ist super schnell aufgesetzt, super einfach aufgesetzt, jeder trägt sich einfach einfertig. Es wird zwar über die USA geroutet, weil da die Server stehen, aber wenn jemand nicht die geringste Latenz braucht, ein gerades Tier, super. Man kann natürlich ein bisschen was zahlen und dann ist das ganze performant und geht über andere Server, aber das ist auch schon wieder ein bisschen too much. Wenn ihr die maximale Performance in eurem Router haben wollt, dann habe ich auch noch was für euch, denn wir wären nicht The Geek Freaks, wenn ja Tweaks und Tuning. Tweaks und Tuning sind immer super wichtig und es gibt eine Zusammenfassung von einigen coolen Skripten, um die Performance auf eurem Router noch weiter zu steigern. Denn jeder, der sich auskennt mit Netzwerktechnik, weiß, für Router und ähnliche Geräte sind Intel Nix die besten. Die laden auf den Chip aus und nicht in die Software und können deswegen Overhead vom Router wegnehmen und haben noch ein paar andere coole Features, quasi Chip-Beschleunigung mit eingebaut und die laufen einfach am stärksten, am schnellsten und halten am meisten Traffic aus. Ja, die sind aber nicht überall verbaut. In meinem kleinen Minisforum-PC zum Beispiel ist Realtek drin. Und Realtek ist dafür bekannt, dass es Probleme machen kann. Die Realtek-Chips vom Minisforum machen keine Probleme. Das ist sehr gut, aber man kann sie noch optimieren. Denn es gibt ein paar kleine Nick-Tweaks und so weiter, die kann man in den Settings ausführen. Dafür gibt es einen Tab unter System Settings Tunables und da kann man ganz viele Sachen tunen und tweaken. Zusätzlich kann man in die Konfiguration noch ein paar Sachen hineinschreiben, in die Boot-ini und da habe ich was in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken. Dann kann man austesten. Da gibt man ein paar Werte ein. Schaut sich an, was als Response kommt von eurem Router-PC und kann die Werte dementsprechend anpassen. Ist schön in der Anleitung erklärt. Damit kann man dann nochmal mehr Performance rausholen, so dass sich Traffic nicht gegenseitig blockt oder dass Downloads oder Uploads einbrechen könnten. Und das funktioniert sehr gut auf Real Technics. Damit habe ich meine CPU-Last nochmal um 20% reduziert und den Throughput um 4 bis 5 Megabits erhöht. Das heißt, ich habe 4 bis 5 Megabits, als ich beim Original-Telecom-Router gehabt habe. So, Konklusion. Warum ist das so fancy? Ihr könnt damit quasi die Geschwindigkeit, die ihr normalerweise im Internet habt, eure normale Browse-Geschwindigkeit, Browsing-Speed, erhöhen, Traffic blocken, euch absichern gegen Angriffe von außen, sogar die Mails und andere Sachen, filtern und securen. Ihr könnt diese Daten exportieren, euch direkt anschauen. Ihr könnt überwachen, ihr könnt den Stromverlauf überwachen und das Ding braucht echt wenig Strom. Braucht weniger als der Telekom-Router, auch wenn ich den im Modemodus natürlich leider weiter haben muss. Ihr könnt eure eigenen WIFIs aufsetzen, ihr könnt alles, was bei normalen ISPs was kostet oder gar nicht erst vorhanden ist und noch vieles mehr. Das ist ein Feld, das sich auftut mit so vielen Möglichkeiten, mit so vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Wow! Das mag die meisten Leute vielleicht erst mal overwhelmen, und denken sich, wozu brauche ich das? Installiere ich mir einfach nur einen Piehole und gut ist. Ja und nein. Ein Piehole kann zwar auch ziemlich viel wegblocken, aber dieses Gerät kann viel mehr. Ihr habt die komplett volle Kontrolle und integrierte VPNs und so weiter für das gesamte Netzwerk oder WLANs. Das heißt, alles was ihr im Nachgang mit Servern regeln müsst, könntet ihr direkt am Router regeln und das auch noch schneller. Es spart Traffic ein und beschleunigt euer Heimnetz enorm. Ich selber habe damit jetzt sehr, sehr viel herumgespielt. Ich bin sehr froh, dass ich das Gerät so eingerichtet habe. Erstens für den erhöhten Geschwindigkeitsvorteil, den ich habe. Zweitens für die Kontrolle, die ich habe. Drittens kann ich mir alle Daten ausgeben lassen, was sehr, sehr cool ist, weil ich so zum Beispiel weiß, welche IP verbraucht wie viel Traffic, welche Ports werden bevorzugt benutzt, welche Ports kann ich öffnen und schließen in dieser Hinsicht. Im Telekom-Ruper war ich da sehr limitiert, was Port öffnen, schließen und so weiter betroffen hat. Auch was Vorworten, virtuelle IPs, da konnte ich eigentlich nichts einstellen. Hier kann ich jetzt ganz viel herumspielen und nicht nur über TCP, UDP und so weiter arbeiten. Ich kann alle Protokolle mir angucken und kann tweaken und kann zum Beispiel sagen, die China-Geräte, die ich habe und teste, bitte nicht nach China telefonieren. Was solltet ihr aus diesem Video mitnehmen? Ihr könnt so ein Gerät auch nehmen, so ein kleines Gerät, wenn ihr eine geringe Bandbreite habt. Alles, was unter, sagen wir mal, 200-in-Bits-Leitung ist, reicht es aus, wenn ihr euch einen günstigen Mini-PC für 100 bis 200 Euro kauft, ist in der Videobeschreibung da unten verlinkt. Meistens haben diese Geräte auch einen WLAN-Adapter, den könnt ihr einbinden und habt dann gleichzeitig wieder einen Ruder mit Wi-Fi. Ich habe das extern gelöst mit Orbis, das habe ich schon mal in einem Video erklärt, ist auch hier verlinkt in der Videobeschreibung oder da oben. Und mit diesem Gerät, mit dem externen WLAN, das ein eigenes Netz hat und so weiter, kann ich sehr gut fahren. Auch wenn diese günstigen Geräte nicht die neuesten AES-Moni unterstützen, sind sie immer noch eine gute Option. Es braucht keinen starken PC, um an sich OpenSense zu betreiben. Es reicht ein Dual-Core, der 2 GHz fährt ungefähr, würde ich sagen, reicht absolut aus für eine normale Bandbreite und Verbindung. Wenn jemand Sensei nutzen will, braucht ihr ein etwas stärkeres Gerät. Die Installation von Sensei, checkt am Anfang erstmal eure Konfiguration, ob das ausreicht. Da braucht ihr auch mindestens 8 GB RAM, sonst geht da gar nichts, denn der Overhead ist groß und es müssen viele Daten gespeichert, verarbeitet und umgemünzt werden. Was solltet ihr mitnehmen? Habt ihr noch einen Mini-PC rumliegen oder einen Laptop rumliegen und habt einen USB zur Ethernet-Dongle oder ihr habt so einen PC an sich und habt noch eine Ethernet-Netzwerkkarte, probiert es aus. Ihr könnt euren eigenen Router bauen. Es lässt sich auch relativ schnell wieder zurückbauen. Das Einzige, was schade ist, dass man einen Modem braucht, denn es muss ja aus der Telefonleitung irgendein Ethernet-Signal gemacht werden, dass man eine IP bekommt. Da empfehle ich ein Third-Party-Gerät wie ein Ray-Tag-Router zum Beispiel, funktioniert Astrein, der ein Gerät zu Hause hat wie ein Speedport 3. Den kann man in den Modem-Modus versetzen und damit geht es auch. Habe ich jetzt keinen Leistungsverlust gemessen. Schade, dass ich jetzt die Metriken von dieser Box direkt nicht abgreifen kann. Müsste ich SNMP installieren. Ist mir ein bisschen zu viel Aufwand. Ich habe ja so alles, was ich brauche in meinem Android-System und ich lasse mir das auch gerne anzeigen. Den kompletten Echtzeit-Download-Speed, welche Zugriffe aus welchem Land kommen, wie viel Strom das alles verbraucht und so weiter und so fort. Was geblockt wird, über welches Interface, welche Ports, sogar aus welchem Land die Zugriffe kommen. Kann man sich alles anzeigen, lassen und einstellen. Und in meinem Video zu Grafana werde ich euch erklären, wie ihr das auch machen könnt. Theoretisch schließt sich das Ganze auch auf einem Raspberry Pi oder ähnlichem installieren. Ist alles FreeBSD. Könnte man auch nachkonfigurieren. Ob das zum Fehlen ist von der Leistung her, kann ich noch nicht sagen. Habe ich soweit nicht ausprobiert. Ich fahre mir diese Variante ziemlich gut bis jetzt. Und der Vorteil gegenüber einem Piehole ist natürlich mehr Firewall-Fähigkeit. Windows Defender aus. Ihr braucht kein Gerät mehr im Netzwerk hinter eine Firewall setzen oder hinter irgendetwas. Ihr konfiguriert es einmal beim Eingang und seid dahinter einfach sicher. Das ist doch das schönste Gefühl überhaupt. Ihr müsst nicht immer alle einzelnen Geräte konfigurieren und macht Updates suchen und bla bla bla. Und man kann endlich den Windows Defender ausschalten. Das ist aber das Beste an der Sache. Erstmal haben wir jetzt einen eigenen Router gebaut. Und wer kann schon sagen, von sich er hat zu Hause seinen eigenen Router gebaut. Wie ich das Ganze so hübsch bekommen habe mit meinem System, dass das so nach TGF aussieht. Das sind einfach nur Plugins. Unter anderem Things, die könnt ihr runterladen unter dem Plugins-Tab. Und ihr könnt auch auf der Startseite Widgets einrichten, was ihr angezeigt haben wollt. Im Dashboard habe ich dann mal unser Logo hinein geladen, dass man genau sieht, das ist das TGF-Router-Supermodding-Ding. Und so habe ich es dann konfiguriert. Und noch ein paar mehr Tweaks und Tuning-Möglichkeiten habe ich hinzugefügt, die spezifisch waren zu meinen Themen. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, mit da drauf einzugehen. Wie immer, alles in der Videobeschreibung unten drin zum Nachlesen. Da muss man ein bisschen nachlesen. Und ich kann euch das jetzt nicht alles Stück für Stück, Hand on Hand geben. Das tut mir leid, aber es ist sehr viel Thematik für sehr großes Feld an Technik. Ich muss mal sagen, andere Leute machen dazu 20 Videos, um das so zu erklären. Ich habe euch jetzt erstmal die grobe Übersicht gegeben. Und wenn es euch interessiert, bekommt ihr dazu mehr. Dann müsst ihr aber auch mal genau sagen, was ihr als Info haben wollt. Ich hoffe, ich habe euch soweit geholfen. Wenn irgendetwas falsch ist an meinen Erklärungen, bitte einfach mich berichtigen in den Kommentaren. Wie immer, DIY lernen und probieren. Deswegen hat es auch ein paar Wochen gedauert, sich einzulesen und das Richtige hinzubekommen. Aber anscheinend haben es viele Leute nicht hinbekommen. Mit dieser Konfiguration, wie sie jetzt ist, funktioniert auch Magenta TV und die Telefonanbildung über die ECT. Das funktioniert out of the box. Wenn man es so eingegeben hat, hätte ich auch nicht gedacht. Dachte, dann muss man mehr nachkonfigurieren. Aber OpenSense ist da soweit. Und wer Bock hat, kann auch den Development Branch mal ausprobieren. Da gibt es noch ein paar neue, coole Plugins. So, das war es von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant genug. Das war jetzt mehr trocken, 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 trocken als was anderes. Geht aber nicht anders, weil dieses Thema wusste nicht, wie ich lustig verklausulieren soll. Denn es ist ein bisschen schwierig und auch für mich ein bisschen anstrengend gewesen. In der Hinsicht hat sich aber verdammt nochmal sehr gelohnt. Allein, wenn ich mein cooles Dashboard anschaue und alle Infos und Daten reinbekomme, ist das sehr cool. Und natürlich die Konfiguration von mehreren VPNs untereinander im Heimnetz ist auch schon sehr badass. Alles andere werde ich mir demnächst mal einlesen und ein bisschen rumkonfigurieren. Danke an alle Kanalmitglieder da draußen. Danke an euch, die jede Woche mitgucken beim Livestream. Wenn ihr Fragen habt, im Livestream einfach raushauen. Vielleicht werden wir sie noch ein bisschen beantworten. Im Livestream-Formular, übrigens auf thegeekfreaks.de und der Community. Da könnt ihr abstimmen, welche Themen ihr haben wollt. Und wer die Livestreams verpasst hat, der kann gerne mal auf unseren Drittkanal, thegeekfreaks.tv gucken. Da werden alle Livestreams nach und nach jetzt hochgeladen, für jeden zugänglich und zum Nachgucken, falls mal ein Thema an euch vorbeigeschossen ist. So, ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Ich bin sowas von müde und muss den ganzen Mist hier wieder aufräumen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, hoffe ich. Macht's gut.